Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ihr merkt, heute kam kein Splatoon. Grunde ich meine daran, ich habe keine Lust, Splatoon aufzunehmen. Deswegen kam auch keins. Und ja, ihr wisst ja, Updates und so. Tja, da kamen ja ein paar. Und ja, dann muss ich am nächsten Samstag dann euch zeigen. Aber tut mir leid, es kommt kein... Wen kam heute? Es tut mir leid, aber tja. Unmehr entschuldigen, also tja. Sorry, also nächsten Samstag um wieder Splatoon. Tschüssi!